Ich bin davon überzeugt und glaube, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von Bayern München angefragt zu werden. Ich habe das gestern dann auf der Geschäftsstelle gemerkt, wenn du dann ganz spät am Abend an der Säbener Straße die Unterschrift unter den Arbeitsvertrag setzt bei Bayern München, dann ist das was sehr Außergewöhnliches und es ist eine Ehre und eine Auszeichnung. Bayern sind einer der größten Clubs in Europa und damit auch in der Welt, der erfolgreichsten Clubs. Die DNA des Clubs ist eine Verpflichtung, sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass es das auch selten gibt und bei den Bayern ist es einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht ums Gewinnen. Somit sind die Verantwortung, die Verpflichtung ist klar, es kann keine Missverständnisse geben. Ich glaube, dass der Kader dementsprechend zusammengestellt ist und es ist einer der talentiertesten und besten Kader in Europa aktuell. Es ist eine riesige Herausforderung, eine große Vorfreude von mir und meinem Trainerteam mit diesem Kader zu arbeiten, den der FC Bayern da zusammengestellt hat, weil er eben diese Verpflichtung fühlt zu gewinnen. Und man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen, sind konkurrenzfähig auf absolut höchstem Niveau.